Und wenn du alles hast Ich höre seine letzte Platte. Sie ist wunderschön. Schöner, als man es sich erträumen kann. Jedes Lied ist wie für mich geschrieben. Es ist, als würde er mich ganz genau kennen. Und als würde ich ihn ganz genau kennen. Ich verstehe ihn. Und er versteht mich. Es ist, als würden wir uns schon immer kennen. Und als hätte nur irgendein grausames Schicksal verhindert, dass wir uns wirklich kennenlernen. Hier kommt er. Augenblick Das Leben ist ein Augenblick Nur ein Augenblick Dann bleib nicht zurück Augenblick Ich lebe für den Augenblick Und für das Mädchen Augenblick Kombatmann Schuss! Dieser Quatsch! Ich bring dir hier die Hosen! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Hand dich! Untertitelung des ZDF, 2020